Yo, OV-Fam, was geht? Willkommen zurück bei O69 Vibing! Ich bin die Flo und zu Gast haben heute Hugo González Morales. Falls ihr ihn von The Voice of Germany noch nicht kanntet, lernt ihr ihn heute auf der Stage von O69 Vibing kennen. Er hat eine kraftvolle Stimme, die haut euch weg, macht euch selber ein Bild. Let's go! Ich hab die Horses in den Backen, Horseneck ist Attachet. Hat ist Maddie Blacken, got die Boots up black to match. Riding on a horse, you can whip your Porsche. I've been in the Valley, you ain't been above that Porch. Now, can't nobody tell me nothin', no. You can't tell me nothin', no. Can't nobody tell me nothin', no. You can't tell me nothin', yeah. Riding on a tractor, leated on my bladder, cheated on my baby, you can go and ask her. My life is a movie, we're riding in boobies. Cowboy hat from Gucci, bring love on my booty. Can't nobody tell me nothin', no. You can't tell me nothin', no. Can't nobody tell me nothin', no. You can't tell me. Oh, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Head down, cross town, livin' like a rockstar. Spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit. Diamond rings and Fendi sports brah. Riding down Rodeo, I'm a Maserati sports car. Got no stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I kick on back. Wish I could roll on back to the old town road. I'm gonna ride till I, yeah. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna ride till I can't no more. Wo ist das Mikrofon? Ich bin da. So, schön, dass du da bist, Hugo Gonzalez. Danke, dass ich hier sein darf, ich freu mich. Nein, das ist nicht gut. Ich freu mich, fühl mich wie ein Österreicher oder Schweizer. What? Bist du noch müde, oder? Nee, ich hab echt gut geschlafen. Sehr schön. Sonst hätte ich gesagt, wir trinken so ein kleines Schlückchen davon. Oh, das kann ich aber auch so machen. Oder? Cheers. Wie du gesehen hast, sind wir ja im MyStory Tattoo Shop Concept Store. Yes. Da würde sich mir die Frage stellen, ob du auch Tattoos hast. In Detail habe ich das. Also ich habe vier Tattoos. Einmal 4,1 auf Chinesisch. Also die vier Elemente auf Chinesisch. Zwei Drache auf Chinesisch. Und drei. Okay, das sind drei nicht vier. Okay, gut. Drei durch die Null einmal bei Hamburg. Du hast zwei chinesische Tattoos. Yes. Hat das irgendein Hintergrund? Ja, also ich bin Kubaner und Chinese. Mein Vater ist Chinese, also halb Chinese. Mhm. Mein Ziel war eigentlich, alle meine Tattoos, die ich mir machen möchte, auf Chinesisch zu machen, weil ich den asiatischen Stil übelst feiere. Natürlich. Ja. 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 No le creas la mentira Solo a ti te quiero Yo no tengo secreto Para ti yo soy un libro abierto Sin ti un desierto Baby, diga lo que diga A tu lado yo me muero Ven conmigo y dame tu mano Ven conmigo, te enseño mi barrio Mi mundo, mi calle, mi mente Baby, welcome to my universe Bienvenido a mi universo Welcome to my universe Bienvenido a mi universo Ven conmigo, no digas que no Que yo te lo muestro todo Lo que soy, lo que tengo yo Ven conmigo, no digas que no Que yo te lo muestro todo Lo que soy, lo que tengo yo Baby, welcome to my universe Bienvenido a mi universo Welcome to my universe Bienvenido a mi universo Baby, come to see me We have made a show vorbereitet. Das heißt Spicy Dicey. Vielleicht kennst du das von den Folgen davor. Wir haben es aber ein bisschen umgewandelt. Da haben wir jetzt verschiedene Sektoren. Du hast fünf Sektoren. Schmeißt einmal den Würfel rein. Ziehst dann drei Artists raus, je nachdem, was du würfeln würdest. Dann musst du entscheiden, wen du signen würdest, wen du featuren würdest und wer die killen würdest. Heftig. Bin ich dabei. Bist du ready? Ich bin ready. So, dann nehmen wir die Dosen gerade mal weg, damit wir plattern. So, dann würde ich mal sagen, the stage is yours. Perfekt. Die drei. Dann darfst du einmal hier reingreifen. Vier. Einmal hier rein, bitte. Und zu allerletzt nochmal. Und zwei. Dann greifst du einmal hier rein. Flair, Adele, Manuelsen. So, wen würdest du signen? Also, to be honest, ich habe keine Ahnung, wer Manuelsen ist. Ähm, well, ich sag mal, ich feature Flair und ich signe Adele und kill Manuelsen. Bei Manuelsen. Oh, na. Falls ihr Manuelsen auch nicht kennen solltet, lasst es uns doch mal in den Kommentaren wissen. I'm sorry, Manuelsen. Verzeih ich ihn bitte. Okay. It's about to start. It's getting real, y'all. I'm telling y'all. Lego. It goes up and down. My body's moving all around. I feel the vibes. Feel the vibes. It goes side to side. My body's moving all around. I feel the vibes. Feel the vibes, yeah. Feel the vibes. Feel the tropes. Feel the vibes. Feel the vibes. Feel the vibes, feel the달�roove. Feel the vibes, feel the vibes, feel the vibes. There's no pressure. Move your body, side to side. From side to side Don't get real crazy The moonlight shines on us tonight Turn off the light There's no pressure Move your body side to side From side to side Don't get real crazy The moonlight shines on us tonight Turn off the light It goes up and down My body's moving all around I'm feeling my eyes Feel my eyes It goes side to side My body's moving all around I'm feeling my eyes Feel my eyes Feel that groove Feel that groove Feel my eyes Feel my eyes Feel that groove Feel the groove Feel the night Feel the night Feel the night Turn off your bad thoughts And let the groove catch you right Catch you right Let the rhythm flow through your body and bones every night Turn off your bad thoughts and let the groove catch you right Catch you right Let the rhythm flow through your body and bones every night It goes up and down It goes up and down My body's moving all around Feel the night Feel the night Feel the night Feel the night Feel that groove Feel that groove Feel that groove Feel the night Feel the night Feel the night Feel the night Feel that groove Feel that groove Feel the night Feel the night Oh, oh, oh. You better, you better. You better, you better oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Leider konnten wir heute einen Song Crying Flames nicht hören, oder? Einen von mir. Es hat leider das Instrument hier gefehlt. Aber Crying Flames ist einer meiner Songs, der mir mit am wichtigsten ist, auch von der Message, weil ich den Song geschrieben habe, das war, bevor das Ganze jetzt mit den Black Lives Matters, die das noch mal so groß hat. Ich meine, das ist schon immer da. Vor der Bewegung mit dem George Floyd. Genau, es war ja schon immer da, so die Bewegung. Und ich habe den Song geschrieben, weil, also in dem Song beschreibe ich halt quasi, wie ich mich fühle, wie die Society uns als schwarzen Menschen behandelt und auch, wie ich mich persönlich in dem Moment einfach gefühlt habe, als ich den Song geschrieben habe. Und die Message dahinter ist mir natürlich wichtig, because I'm black, though. Und ja, es ist halt wirklich so, dass heutzutage, nicht nur heutzutage, sondern seit Jahrhunderten, schwarze Leute diskriminiert werden und beziehungsweise von der Society anders behandelt werden. Und mit der Message von Crying Plains wollte ich das einfach noch mal mitteilen, den Schmerz, den man als schwarze Person dahinter spürt. Finde ich auch sehr wichtig, auf jeden Fall. Vor allem auch in der heutigen Gesellschaft ist ja wirklich auch wichtig, durch die Musik, wenn man schon so ein Sprachrohr hat, dass man auch eine wichtige Message durchbringt. Ja, das ist mir auf jeden Fall wichtig, auch in der Musik eine Message mitzubringen. Also ich meine, Musik ist einfach mein Leben so, aber ich gebe halt auch gerne meine Message mit. So das, was ich denke, wie ich mich fühle, gehe ich dann mit der ganzen Welt heilen. Schön, dass du hier warst, Hugo. Danke, dass ich hier sein durfte. Ich freue mich, dass ich hier sein durfte. Leute, das ist echt geil. Also guckt euch das an, guckt euch die Videos an. Wo ist dein Dauze? Hier. Cheers. Kusch, kusch. So, ich habe es euch gesagt, eine Stimme, die einen einfach nur weghaut. Wenn es euch gefallen hat, lasst Liebe da, kommentiert, abonniert uns. Vergiss es nicht. Nächsten Sonntag, 13 Uhr, 069 Vibing. Bis bald.